Guten Tag, Herr Zimmermann. Sie sind Geschäftsführer des Nachhilfeinstituts Lernquadrat. Was können Sie mir über das System berichten? Was macht Ihre Nachhilfe so besonders? Nachhilfe kriegt man an jedem Eck. Gute Nachhilfe an jedem Zweiten, das können wir auch. Nachhilfe gut zu machen ist schwer genug. Ich glaube, dass das Lernquadrat einen wesentlichen Punkt hat. Wir sind einfach schneller. Das heißt, wenn am Samstagvormittag die verzweifelte Mutter anruft und wissen will, wann wir am Dienstag Amtsstunden haben, und dann fragt sie, ob der Burr auch um 17 Uhr am Dienstag kommen kann, dann sagen wir, Frau Müller, 17 Uhr ist richtig, aber wenn Sie wollen, heute am Samstag. Und dann hören Sie zwei Sekunden nichts, weil das ist sie nicht gewöhnt. Das Lernquadrat ist ein Familienunternehmen und wir machen Dinge, die in Großkonzernen nicht üblich sind. Das ist unsere Firma. Da agieren wir ganz menschlich, weil uns selbst muss die Arbeit Spaß machen. Sie sagten mir eben schon im Vorhinein, Ihre Frau ist die Gründerin von Lernquadrat. Jetzt sprachen Sie diesen familiären Aspekt an. Wie gehen Sie mit Ihren Franchise-Partnern um? Was macht das besonders? Franchise-Partner bei uns sind zum Großteil Franchise-Partnerinnen. Das sind Kinder, da ist Lernen, Familie einfach ein Thema. Das ist offensichtlich in die Frau eingebaut. Wir haben drei Viertel Damen und ein Viertel Herren als Franchise-Partner. Und es ist für uns natürlich selbstverständlich, dass wir in der Systemzentrale auch Damen über 50 haben oder vornehmlich Damen über 50, die für uns Arbeit machen. Großartige Arbeit mit einem unglaublichen Engagement. Und es ist selbstverständlich, dass Franchise-Nehmerinnen beim Bundestreffen, die Alleinerzieherinnen sind, natürlich Kinderbetreuung vorfinden. Das sind zwei kleine Puzzlesteinchen. Wie kann man das Familiennetz etwas weiter spannen? Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke.